Oh nein, Galatasserei. Das kann ich jetzt nicht checken. Ultra Aslan. Scheiße. Du, sofort loslassen. Scheiße. Gianno, 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 bitte. Gianno. Er verteidigt auch so geil. Also so übelst offensiv. Aber das ist Quatsch, Bruder. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Sein Rush knallt mich. Und jetzt hat der Ekadi eingewechselt. Das Ding ist sauber.